Ja, meine lieben Leute, mir scheint die Sonne scheint. Immer wieder bekomme ich die Frage gestellt, kann man eine Photovoltaikanlage auch auf einem Ost-West-Dach montieren? Die Antwort ist wie immer eine sehr einfache. Selbstverständlich kann man eine Photovoltaikanlage auf einem Ost-West-Dach montieren. Was passiert im Vergleich zu einer reinen Südausrichtung? Bei einem Ost-West-Dach, je nach Neigung des Daches, also das ist schon ein bisschen abhängig von der Dochneigung, wird man zwischen 7 und ungefähr 12 Prozent weniger Jahresertrag erzielen, wenn man dieselbe Modulfläche verbaut wie bei einer Südausrichtung. Wir von der Firma Reimann schauen sehr genau darauf, welche Modultechnologie man dann für diese Ausrichtung verwenden, weil auch hier können wir noch einiges an Ertrag zusätzlich ernten, wenn wir da ganz richtig in die Planung hineingehen. Also ganz wichtig, auch auf einem Ost-West-Dach unbedingt eine Photovoltaikanlage montieren, weil die auch sehr ertragreich sein kann. werden wir da angeht. Jetzt kommen wir von der Song-Deal-Fran der Rolle. Aber das ist schon ein bisschen abhängig von der Welt, weil die Leute gerade in der Welt wiedergezogen werden, aber das ist schon ein bisschen abhängig von der Welt. Aber die Welt ist schon ein bisschen abhängig von der Welt. Aber das ist schon ein bisschen abhängig von der Welt. Vielen Dank.